Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Nachdem im vergangenen Sommer ja bereits ein großer Umbruch stattgefunden hat, stellen sich beim FC Schalke noch viel mit Blick auf die nächste Saison wieder einige Personalfragen. Denn gleich zwölf Verträge laufen bei uns aus und wir gehen mal alle Spieler durch und gucken mal darauf, wie wahrscheinlich ist denn, dass ein Spieler bleibt oder vielleicht uns auch im Sommer schon wieder verlassen wird. Gleich zwei Torhüter von unseren Schalkern haben nur noch ein Arbeitspapier, einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Michael Langer ist ja aktuell verletzt und steuert im Alter von dann 37 Jahren womöglich auch sein Karriereende zu. Da bin ich mal gespannt, wie es mit ihm weitergehen wird. Deutlich spannender dürfte die Personalie Martin Freisel werden. Der Österreicher war ja im vergangenen Sommer von Ado Den Haag gekommen, nachdem er ja auf dem freien Markt war und hatte Ralf Fährmann im Schalker Tor verdrängt. Aber auch sein Vertrag läuft eben nur bis zum Sommer. In der Abwehr läuft der Vertrag des erfahrenen Salif Sané aus. Der Innenverteidiger ist seit dem Sommer 2018 im Team und hatte zuletzt viel Verletzungspech. Zuletzt hatte er mit Knieproblemen unter einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen. Da gehe ich ehrlich gesagt nicht darauf hinaus, dass der Vertrag verlängert wird. Das ist einfach finanziell eine ganz andere Zeit, wo der Vertrag damals geschlossen wurde. Und er ist einfach zu auf verletzt. Wenn man rein vernünftig entscheidet, dann wird auch Salif Sané Schalke im Sommer verlassen. Im Mittelfeld spielt Marc Schatkowski derzeit weder bei den Profis noch in der Regionalliga-Reserve eine tragende Rolle. Auch da ist ein Abgang wahrscheinlich ganz anders. Natürlich aber bei Mehmet Can Aydin, der die Fans auf der rechten Außenbahn ja schon teilweise begeistern konnte. Der 19-Jährige hat ebenfalls noch bis zum Sommervertrag. Bei ihm werden die weiteren Entwicklungen spannend zu beobachten sein. Ich denke mal, wenn man sich an einen Tisch setzen wird, ist eine Vertragsverlängerung mehr als möglich. Ebenso interessant dürfte die Personalie Simon T. Rotte werden. Der Angreifer erwies sich auch beim FC Schalke 04 als Zweitliga-Experte und steht, obwohl er aktuell auch verletzt ist, bei starken zwölf Saisontoren. Auch ihn werden die Königswahlen mit allen Mitteln halten wollen. Es gibt ja zu dem auch eine Vertragsklausel, also auch ein T. Rotte verbleibt durchaus wahrscheinlich. Neben diesen sechs auslaufenden Verträgen gibt es ja auch noch sechs Leihspieler, die Stand jetzt am 1. Juli auch allesamt wieder weg wären. Thomas Ovian und Kohitakura haben eine überragende und überzeugende erste Saisonhälfte absolviert. Sie dürfen zwar an sich sehr, sehr schwierig zu halten sein, bedingt durchs Finanzielle. Beim Aufstieg wäre das aber bedingt durch die Kaufoption deutlich wahrscheinlicher. Bei Rodrigo Salazar ist ja ein Verbleib ohnehin mehr als wahrscheinlich bedingt durch die Klausel. An sich wurde der Transfer einfach nur verschoben. Daku Tchulinov wurde ohne Kaufoption ausgeliehen. Er wird wohl eben so zum VfL Stuttgart zurückkehren, wie Jaroslav Mikhailov zu Nizan Petersburg. Und ähnlich wie Salazar ist auch eine Fässerpflichtung von Marvin Piringer durchaus wahrscheinlich. Also unsere sechs Leihspieler kann man eigentlich in zwei Gruppen fassen. Thomas Ovian und Kohitakura durch Kaufoptionen, Kaufoppflichtungen wahrscheinlich, dass sie erstmal bleiben. Die Frage ist nur, ob man sie rein finanziell gesehen in einer zweiten Liga halten kann. Salazar und Piringer werden wohlmöglich sehr wahrscheinlich bleiben, Liga unabhängig. Und Tchulinov und Mikhailov werden Stand jetzt, egal in welcher Liga wir spielen, im Sommer zu ihren Vereinen zurückkehren. Spannender Transfersommer, der jetzt schon wieder anstehen würde mit diesen zwölf auslaufenden Verträgen. Sprich, die Arbeit für Ruben Schröder wird auf jeden Fall nicht weniger. Eure Meinungen zu den Spielern? Wen soll man behalten? Wer soll gehen? Wen soll man unbedingt verlängern? Dann gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!